Ja, für Rot-Weiß-Essen könnte es genau die Saison werden, von der man so lange schon geträumt hat. Im Vordergrund steht natürlich das Comeback im deutschen Profifußball, der Aufstieg in die dritte Liga. Aber nicht zu vergessen bleibt auch der Pokal, der in Essen ja spätestens seit der grandiosen DFB-Pokalteinnahme mit dem späten Aus im Viertelfinale gegen Zweitliges Kiel eine ganz wichtige Rolle spielt. Dafür steht heute gegen die Spielvereinigung Schonebeck eine Pflichtaufgabe im Niederrhein-Pokal an. Christian Neidhardt schont heute einige seiner Stammspieler, unter anderem Top-Torjäger Simon Engelmann. Tore schießen müssen heute also andere. Einer davon ist Cedric Harenbrock, der hier an den Ball kommt und der W bereits nach zwölf Minuten in Führung bringt. Da hatte Schonebeck nicht gut aufgepasst. Ganz viel Platz da für Nils Kaiser zum Flanken. Und auch Harenbrock in der Mitte ist ziemlich alleingelassen. Und der Tabellenführer der Regionalliga West lässt auch in der Folge gar keine Zweifel aufkommen, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen soll. Nächste gute Möglichkeit diesmal für Kefkir. Es ist ein einseitiger erster Durchgang. Chancen gibt es bislang fast ausschließlich für Essen. Das einzige, was sich die Mannschaft von Christian Neidhardt vorwerfen lassen muss, das ist die schwache Chancenverwertung. Was bei Essen besonders auffällt, ist, dass es immer wieder über die linke Seite geht. Und Harenbrock mit einem überragenden Zuspiel für Kleinsorge. Das muss doch das 2 zu 0 sein. Allerdings auch klasse gehalten von Philipp Sprenger. Kurz vor der Pause kann sich Schonebeck dann doch mal befreien. Der Ball ist dann eigentlich schon weg. Aber Robin Bander macht die Szene wieder scharf. Kann sich da gut behaupten. Und hat dann das Auge für Calvin Küper. Küper! Was für eine Chance auf den Ausgleich. Jakob Karl Gollz mit einer überragenden Parade. So bleibt es zur Pause bei einem knappen 1 zu 0. Essen hätte höher führen müssen. Und kann sich trotzdem bei Gollz bedanken, dass es hier 1 zu 0 steht. Aber das auch nicht besonders lange. Denn kurz nach Wiederbeginn erzielt Marius Kleinsorge das fast schon überfällige 2 zu 0. Christian Neidhardt scheint in der Pause betont zu haben. Dass so ein zweiter Treffer doch auch mal ganz sinnvoll wäre. Und Brom liefert seine Mannschaft Antworten. Von da an ist die Partie entschieden. Essen hat allerdings noch Lust aufs Tore schießen. 66. Minute David Sauerland per Kopf zum 3 zu 0. Die Standards von RWE sind heute allesamt gefährlich. Sauerland setzt da gut am ersten Pfosten nach. Und Philipp Sprenger ist zum dritten Mal machtlos. So gewinnt Rot-Weiß Essen am Ende hochverdient gegen Schonnebeck. Der Oberligist hat sich hier gut verkauft und zwischenzeitlich sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Am Ende war die individuelle Qualität von Essen aber einfach eine Nummer zu groß. Gute weit zurück. Musik 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 Vielen Dank.